Erst- und Zweitstimme Bei Bundestagswahlen können die Wählerinnen und Wähler zwei Kreuze auf ihrem Stimmzettel machen. Mit der Erststimme wählen sie einen Kandidatin oder eine Kandidatin aus ihrem Wahlkreis. 299 Wahlkreise gibt es in Deutschland. Gewählt ist, wer die meisten Stimmen bekommen hat. 299 Abgeordnete kommen auf diesem Weg ins Parlament und besetzen exakt die Hälfte der im Normalfall 598 Sitze. Die andere Hälfte wird über die Zweitstimme vergeben. Sie ist trotz ihres Namens wichtiger als die Erststimme, denn die Zweitstimme bestimmt die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag. Mit der Zweitstimme entscheiden sich die Wähler nicht für eine bestimmte Person, sondern für die Landesliste einer Partei. Wer auf der Liste oben steht, hat die besten Chancen auf einen Sitz im Parlament.